Herzlich Willkommen bei der Commerzbank in Österreich. Mein Name ist Martin Botolo, ich bin seit 2013 Country CEO der Commerzbank für Österreich. Wien hat sehr viel Tradition, ist aber auch in den letzten Jahren sehr dynamisch gewachsen und auch sehr international orientiert. Wir betreuen in Österreich ausschließlich Firmenkunden, große multinationale Konzerne, mittelständische Unternehmen, aber auch österreichische Tochtergesellschaften internationaler Konzerne. Die Kunden schätzen an uns die Erfahrung im deutschen und europäischen Firmenkundengeschäft. Die Commerzbank ist in Deutschland eine der größten Firmenbanken mit einem internationalen Netzwerk, insbesondere in Europa, in den USA und in Asien. Und daher können wir die österreichischen Unternehmen mit dem Netzwerk, mit dem Know-how der Commerzbank bestens ins Ausland begleiten. Wir sind regional verankert und weltweit vernetzt. Wir haben in Österreich eine klare Strategie und das Geschäftsmodell unserer Kunden fest im Blick. Wir sind die internationale Hausbank für österreichische Firmenkunden. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Commerzbank in Österreich sind natürlich unsere Mitarbeiter. Wir sind kompetent, international, erfahren, aber auch sehr dynamisch. Die Commerzbank in Österreich ist immer für Sie da, erfolgreich, kundenorientiert, verlässlich, dynamisch, mutig, leihwand, international und österreichisch. Wir bieten das beste Team an Ihrer Seite, eine breite Produktpalette, persönliche Beratung, maßgeschneiderte Lösungen, langjährige Erfahrung und Expertenwissen. Commerzbank, die Bank an Ihrer Seite. The Bank at your site. Wir freuen uns auf Sie.